Du willst keine Massage oder so? Mach doch irgendwas Lustiges. 40 ist was Besonderes. Ich werde 38. Okay, 38. Themawechsel, klar. Ist schon irgendwie merkwürdig. Wir werden in der gleichen Woche 40 und die Party ist nur für mich. Nein, das ist gar nicht merkwürdig. Denn du wirst 40 und ich werde 38. Komm schon, willst du wirklich eine von diesen Tanten sein, die ihr Alter verleugnen, weil sie dadurch verunsichert sind? Sie lügen und lügen und vergessen dann, wie als sie wirklich geworden sind. Du kapierst es nicht. Du verstehst es einfach nicht, wie die Sache funktioniert. Ich will nicht nur in Ü40-Läden shoppen. Ich will nichts von J.G. und Chicos und Entailer kaufen. Ich schaff das jetzt noch nicht. Ich brauch dafür noch zwei Jahre. Das ist so irrsinnig, dass es mir irgendwie einleuchtet. Was bekomme ich denn von dir geschenkt? Moment, hast du nicht gesagt, wir schenken uns dieses Jahr nichts? Verarschst du mich jetzt? Selbstverständlich will ich ein Überraschungsgeschenk. Hallo, ich nulle dieses Jahr. Ich werde 40.